Am FZI finde ich toll, dass man hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin ganz viel Raum bekommt, um sich selbst einzubringen und dass man gerade über eine Promotion die Möglichkeit hat, eigene Ideen, eigene Interessen zu verwirklichen und hier am FZI dann ganz konkret tatsächlich Projekte umsetzen kann. Mir gefällt am FZI am besten, dass man neben seiner Dissertation eigene Forschungsideen in die Abteilung, in die Projekte mit einbringen kann, dabei mit industriellen Kunden zusammenarbeitet und die neuesten verfügbaren Technologien einsetzen kann. Das FZI bietet mir die Möglichkeit, industrienah zu promovieren. Ich kann neben der Promotion noch wertvolle Projekterfahrung sammeln und Industriekontakte klüpfen. Also ich bin am FZI, weil ich hier super unterstützt werde. Ich habe eine eigene Idee und mein Professor hat gesagt, das setzen wir hier um. Ist auch mit dem FZI zusammen patentiert worden und wenn ich ausgründe, werde ich auch weiter unterstützt durch Infrastruktur, Internet, Telefon. Und ich glaube, mit am besten finde ich die FZI freien Tage. Zwischen Weihnachten und dem 6. Januar können wir alle ohne Urlaub zu dem Skifahren gehen. Was mir am FZI besonders gefällt, ist die Tatsache, dass man im Rahmen seiner Promotion recht praxisnah auch unterwegs sein kann. Aber ich denke, was eine Promotion hier am FZI einzigartig macht, ist sicherlich dieses Hand in Hand von Theorie und Praxis. Und das ist was, was einen sehr motiviert und auch Spaß machen kann.